malzeit leute ich hoffe euch hat der letzte video gefallen macht schon wieder den neuen wir haben es jetzt samstag letzter tag in der woche weil mein video geht ja immer von samstag bis freitag und dann fängt wieder automatisch neuer an ich würde mal sagen malzeit leute der samstag ist vorbei ich habe jetzt wochenende malzeit leute wir haben es mittlerweile oder gestern habe ich nichts gefilmt war am sonntag war nichts los das hatte ich ja schon im letzten vlog das ist immer dasselbe am sonntag und heute ich habe feierabend guten morgen leute es geht wieder los wir haben jetzt dienstag ja ich habe auch früh geschicht das heißt ich habe früher feierabend und früher feierabend ist schon geil und deswegen will ich eigentlich immer immer die frühschicht haben weil dann habe ich früher feierabend hat mehr vom tag okay ich kann dann zwar nicht ausschlafen aber hey ich habe mehr vom tag aber auf den schreck ich nutze jetzt übrigens gerade momentan wieder den crown 4 mit dem dazugehörten und habe hier yellow line drin schmeckt noch banane mit frischen also ich bin erst mal versorgt akku ist auch noch voll sollte der tag über leben würde ich mal sagen bis später malzeit leute ich bin schon wieder zu hause kleiner zeit worden ich habe vergessen auf den weg zur arbeit von der arbeit aufzunehmen übrigens hier mein kleines neues spieler schätzchen ist eine kleine drohne hat leider keine kamera sprich entweder baue ich irgendwie eine kamera ran action cam oder sowas ich glaube es wird ein action cam soll halt recht leicht sein und so weiter war halt recht günstig zu haben und von daher habe ich mir gedacht kommen die nimmst ja mal mit zum üben wenn die kaputt geht ist egal das ist nicht ganz so schlimm ich habe zumindest nachgeguckt bei amazon gibt es auch die akkus noch noch die akkus und auch neue rotorblätter und allgemeine ersatzteile für dieses ding mal schauen übrigens wie war mein tag eigentlich recht gut ich habe gearbeitet ich habe pause gemacht ich habe gearbeitet ich habe feierabend gehabt mehr kann ich nicht sagen und ich bin gerade wieder im video schneiden und da ist mir aufgefallen kacke ich habe heute nur ein clip aufgenommen ja vergänzend naja ich würde sagen das war es mit dem dienstag sehen wir uns morgen wieder guten morgen leute ja es ist verdammt hell es ist aber mittlerweile mittwoch von daher würde ich sagen der neue tag beginnt ich habe heute mittelschicht sprich von 9 bis 18 uhr ist eigentlich ganz saftig knaftig weil ich muss keine ccs rein oder rausfahren ist ja schon mal gut und ich habe pünktlich feierabend weil ich direkt um 18 umgehen kann weil ich ja keine ccs reinfahren muss hat also der kleine vater sonst bin ich mal gespannt was heute so passiert würde mal sagen wie immer eigentlich bis später malzeit leute es ist 18 uhr ich habe feierabend und ich bin bald zu hause es dauert nicht mehr lang morgen habe ich übrigens das ist wieder meinen freien tag da passiert nichts besonderes vielleicht ein bisschen mal schauen vielleicht ein bisschen meine ich damit weil ich habe ja ein akkuträger die moonbox da ging bei mir der lack ab weil es ja quasi nur aluminiumplatten sind habe ich mir gedacht schleifste das restliche was da noch da heißt runter sah zwar nicht schlecht aus dem silber aber ich habe nicht wirklich 100 prozent alles abbekommen von daher habe ich es ganz einfach gemacht grundierung drüber gesprüht lag klar lag und jetzt sieht es auch gar nicht mal so schlecht aus aber ich glaube ich muss noch mal ein bisschen bisschen lackieren ich habe nur die eine platte zu versuchzwecken gemacht weil ich nicht wusste ja passt das hundertprozentig oder eben nicht also quasi bei einer habe ich dann grundierung lack und klar lack schon drauf gemacht bei anderen habe ich nur die grundierung drauf gemacht weil falls es nicht passt mit dem farbton damit er nicht deckt weil ich mir das hat dann so gemacht aber ich würde mal sagen sehen wir später die Vielen Dank.